Da ist es. Ungeziefer Fäden. Braucht nur elf, glaube. Leute, das ist der Shit. Ich sag es euch. Ich geh mal daheim, wo sie vorher war. Ja, wie im Sumpf. Da, Millicent. Die Siano. Die Siano. Ich muss ja erst mal mit der Nummer sprechen. Was habe ich jetzt von der bekommen? Hier irgendwas, ne? Da. Erhöht das Geschick. Nice. Und jetzt kann ich erst da oben hin. Krass, wie weit die dann weg ist. Kann sein, dass ich erst mal mit dem Opi da sprechen muss, oder? Okay, return to go with Shaq. Also muss ich doch erst mal zu dem Typen. Von hier aus am besten. Einfach nach Osten. Ja, okay. Aber das ist ja noch nicht. Dann geht's. Das ist ja noch nicht. Aber das ist ja noch nicht. Mal. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr verletzen kann, dass ich nicht mehr verletzen kann. hin. So, wo ist hier als nächstes? Da. Third location. Luxruin. Und jetzt, wo ist das? Tatjana? Ja, da. Da ist die. Irgendwo. Da ist sie. Oh, soll ich die hier schon überreichen? Das muss ich mal kurz durchlesen. Okay, überreichen. Und jetzt, er ist Windmühle. Krass. Da ist sie. So, Millicent will move to the Ancient Snowberry Ruins, Grace. Ancient Snowfield Ruins. Ja? Ancient Snowberry Ruins. Ich glaube, das ist das. Da ist sie. Da ist sie. Halleck Tree. Okay. Bla 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 bla. We like to repair room great. Bla bla. You know. Spot. Until the players defeated an ulcerated tree spirit. Miniboss. Just before the Drainage. The players defeated the miniboss. And got a Zerishy with two sounds. Used to be. To her world. To her world. And help her fight for NPC in battles. Open wing sword. To her shoes to help Millicent. And there in all the trench her granted your Millicent's Prothesis. To her near where her summoning sign was. Okay. 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 Elf ist Brace of Halleck Tree. Was war der Halleck Tree nochmal? War das hier Halleck Tree? Nein. War der Scheiß Halleck Tree nochmal hier oben? Ja ne? Stimmt ja. Und die ist bei. Elfael Brace. Elfael. Elfael. Einen Properties. I am sorry. To her. It's a prayer room Grace. Prayer room. Gebetsraum. Das ist ja. Da ist er. So, und jetzt... Okay, wo war denn hier ein Miniboss? Jetzt weiß ich schon nicht mehr. Hier, Abwasserkanal. Ich gehe jetzt durch den Abwasserkanal. Ich glaube, dass das ist. Lol, das ist es tatsächlich. Na klar, trifft er mich. Da ist er. Alter, dafür leben. Da ist er. 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 Das ist er. Das ist er. I. Scheiße Ich versuche mal das Eisball Weil ich das hier gut Oh 2K? Oh 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 man jetzt reloaden und dann kann man Millicent helfen. Nicht wahr? Ich glaube ich gehe mal eben heilen. Krass. Vom Abwasserkanal aus. Warte nochmal. Da wäre ich ja nicht drauf gekommen. Vom Abwasserkanal hier raus über den Baum. Krass. 6k also wieviel ruhen das hier gibt. Das ist halt auch crazy. So, wo ist jetzt ihr Zeichen? Ich muss zuvor nochmal mit ihr sprechen. Da oben. Da oben ist es und jetzt kann man entscheiden ob man sie invaden möchte oder ob man ihr helfen möchte. Und ich möchte ihr natürlich helfen für die Questline. Oh man kann hier einmal helfen. Und einmal eben nicht helfen. Aber ich will natürlich helfen. Let's go. Ach du Kacke. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Boah ich hoffe das ist nicht schlimm da ich sterbe. Ey die schafft das ja fast alleine. So krass wie die ist. Gut dass man direkt wieder rein kann. Nicht irgendwo spawnt. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Wenn das ja nicht auch helfe. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Das macht das Schaden. Was hat die für Def? so geschafft vorrottende geflügelte schwert insignia na guck mal da aufeinander folgende und deutlich und jetzt geht es weiter was laying by the pool da oh hello thank you for lending your hand without your help i could not have defeated that quartet i feel as if i've been in the depth from beginning to end thank you with your help i was able to live as my own person but this i pause i took out the needle myself tell whoever could you if i am sorry i would rather rot please the scarlet rot rise soon curse lady i wouldn't want such a thing to bring please the scarlet rot rise now the scarlet rot the scarlet rot the scarlet rot jetzt muss man nochmal neu laden und dann nochmal mit dir sprechen und dann kriegt man eine goldnadel die die ich hier wahrscheinlich erst besorgt habe und jetzt gibt sie mir die zurück na toll guck da ist es reine goldnadel und die kann man jetzt hier bei millenia wenn ihr die besiegt habt in die in das ding hier deswegen ist das auch hier zurückgeben dann kriegt man michels nadel und einen uralten drachendunkelschmiedestein das lohnt sich doch michels nadel ist was ist michels nadel was ist michels nadel da zerdrückt eine einst die rasende flamme zu unterdrücken die die rasende flamme zu unterdrücken und vollendet und kann nur im herzen des sturms jenseits der zeit verwendet werden der erfahrung azula zu finden sein soll aha damit kann man doch noch irgendwas machen michels nadel es used a dragon lord is irena to reverse the three fingers flame of francy undo the lord of francy flame ending ah leute da habe ich einen tipp für alle die die rasende flamme schon gemacht haben das ende damit kann man das wieder beenden also weg machen krass aber warum ich das ganze überhaupt gemacht habe ist eigentlich ein ganz anderer grund ich habe diese ganze questline gemacht wegen einer wegen einem zauber der komplett op ist und den ich jetzt einsetzen möchte deswegen habe ich das ganze überhaupt gemacht also wenn ihr diese ganze questline fertig habt geht ihr zurück zu dem zauberertypen und kauft euch einen zauberer der komplett op ist ja dann geht er wieder hier zu dem zurück dem geht es nämlich gar nicht gut ach das war seine tochter krass wusste ich gar nicht nein du bist so close so very close zu become in der fairest of all franz würdest du disown us too as your mother did we children as a scarlet rot melison melison do you detest us melison melison do you detest melison wieso verkauft er mir nix da ist nix gut sagen wir nicht ich habe jetzt die questline umsonst gemacht aber das war doch so macht die questline komplett was muss ich denn jetzt machen das scheiße der soll mir sachen verkaufen denn das ist los wenn das Scheiße, wie wird der Ballett-Tippee-Prawn-Miner? Ja, Scheiße, was soll ich jetzt machen? Soll ich den killen? Vielleicht kann ich mit der Klangperle kaufen, ah, ja, 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 ich kann mich schon mit der Klangperle kaufen. Wenn nicht, bin ich richtig sauer. Mit der Klangperle kann ich das denn kaufen? Bitte, bitte, bitte. Der Assi, wenn nicht, wenn ich nicht mehr bei den kaufen kann, das muss so sein. So. Nein. Hier, grauiges Klangperle. Da ist es. Ungeziefer Fäden. Braucht nur elf, glaube. Leute, das, das ist der Shit, ich sag es euch.